Ich hab die Kuba-Punker gesehen. Kaffee? Ja, Kaffee. So, meine Freunde, ihr habt gesehen, wo wir jetzt gerade sind? Oh, die rauchen einfach hier ohne Sinn eigentlich, aber... Die gucken, weil ich hier bin, aber... ...ich wagen und gucken nur mein Gesicht zu lassen. Sein Gesicht und so. Naja, ist ein bisschen windig. Aber es geht. Das ist eine Werbung. Desperado, Red. Schmeckt eigentlich nicht ganz okay. Eigentlich wie ich Desperado nur nur mit Sirup trinken, aber... ...kann man trinken. Schmeckt auf jeden Fall. Andere Geschmack. Und ja... Wir rocken jetzt gerade... ...Mentos mit Blaubeerenmünze. Und ja... Wir haben auf jeden Fall viele zuschauen. Wenn ich jetzt gerade bin... nicht. DAS ist fähig drogen. DAS ist Fähig drogen. Wenn ihr uns besuchen wollt, nennen sie es treu, findet ihr die neue Shisha Bar. Peace!